Ganz schön angematschelt ist das, ne? So, jetzt kannst du auch mal eins deiner Größe entsprechend essen, ne? Und du? Hier, das wartet auch noch alles da drauf, um die Erde zu können. Ich glaube, ich habe es definitiv übertrieben. Aber selbst der Likus, der da ist gekommen, man braucht wirklich nur einen Zweig abschneiden, die Erde stecken. Habe ich letztes Jahr gemacht und der ist schön über den Winter gekommen. Ja, ich finde das ganz cool. Nur, dass alles hinterher noch irgendwo unterbringt. Oh wei, oh wei, oh wei. Ne, Kinders? Ja, Püppi, ne? Ja. Hm, Püppchen? Schmeiß mir das nicht runter, das zerbricht, Püppi. Hm? Ja, aber jetzt auch eine Schmuse-Attacke, ne? Meine Güte. Hm? Kleine Schmusi-Biene, ne? Ja. Oh, wenn ich da das grüne... Das muss ich noch, da muss ich noch Stecklinge von machen. Da habe ich, ne? Haselnuss mir in den Eimer getan. Oh, Mahonien habe ich mir auch hier in den Eimer getan. Da muss ich auch noch... Und meine Deko steht noch da. Die muss ich noch hier schön... Aber ich habe ja nie Platz, ne? Tass, überstelle ich hier die kleinen Pflänzchen hin, damit die Licht kriegen, ne? Ja. Muss die Deko was warten, Püppi, ne? Ja. Ja, du magst das nicht, Püppi. Hm? 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 Kleine Musel-Maus, ne? Hm? 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 Ja, ich putze es ja gleich, kein Ding. Hm? Mach langsam, bist auch nicht mehr die jüngste Baby. Hm? Hm? Hummel-Alarm. Schon die nächste wieder. Aber wirklich, die Tränen in den Herzen gehen die gerne dran. So, was macht ihr da wieder für eine Scheiße? Ihr macht mir den Salbei da kaputt. Ist euch egal, weiß ich. Mir aber nicht. Der muss nachwachsen. Kommt. Tissi. Fein machen. So ist fein.